Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, wenn ich mir jetzt so die Redebeiträge von CDU und FDP anhöre und die begleitenden Pressemitteilungen, heute SPD und Grüne beenden Weihnachtsbaum Tradition, dann bekomme ich so ein Déjà-vu am Dezember letzten Jahres, und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, oh weh. Ich werde hier jetzt nicht noch mal mit allen Argumenten anfangen, die bereits mannigfaltig durchdiskutiert worden sind, sowohl im Plenarsaal, im Ausschuss, in den Anhörungen. Ich schließe mich in großen Teilen den Aussagen von Norwich Rüse von gerade an. Allerdings mit einer Ausnahme, es geht um den Änderungsantrag. Und ja, Frau Wattermann-Krass, wir haben heute Vormittag schon auch bei der Begegnung mit den Waldbauern darüber gesprochen. Und ich verstehe auch, dass es Ihre Intention ist, bei dem Änderungsantrag, dass die Definition Waldbesitzer gleichzusetzen ist mit Waldeigentümer. Von der Definition her ist aber ein Waldbesitzer entweder ein Waldeigentümer oder der Nutzungsberechtigte mit unmittelbarem Besitz. Und das sind eben auch Leute, die mieten, leihen oder pachten. Auch wenn Sie sagen, das stellen wir jetzt so fest, dass wir die Eigentümer meinen, wenn es so im Gesetz steht durch den Änderungsantrag, dann können es eben auch die Pächter sein. Und dementsprechend ist uns das einfach zu gefährlich von der Sachlage. Und da bleibe ich auch bei. Es ist eben dann nicht schriftlich finanziert, auch wenn ich selbstverständlich Ihren Aussagen folgen kann. Und des Weiteren steht im Änderungsantrag umweltverträglich. Und das soll dann später mal festgesetzt werden, was umweltverträglich ist. Und das ist uns an der Stelle auch nicht konkret genug, was da letztendlich festgestellt ist. Ich denke mit Grauen an diese Fair Forest Sache, die damals vereinbart wurde. Das war so weit weg von umweltverträglich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dementsprechend freuen wir uns natürlich über das Landesforstgesetz. Wir werden aber dem Änderungsantrag so in der Form nicht zustimmen können. Wir werden aber natürlich insgesamt dem Gesetz wieder zustimmen wollen. Wie sieht es für die Zukunft aus? Also ich bin mir ganz sicher, dass auch weiterhin deutsche Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern stehen werden. Da bin ich ganz optimistisch. Was wir uns wirklich noch überlegen müssen, wo wir jetzt noch mal ran müssen in den nächsten Monaten, und das hat sich auch durch das Gespräch mit den Waldbauern heute Morgen ergeben, dass wir für konkrete Problemlagen, wie zum Beispiel in Bestwig, noch an das Gesetz ran müssen. Wenn es zum Beispiel geht um den Abstand von Wohngegenden, wo die Problematik ja ist, dass wenn da die Pestizide gestreut werden, die ihre Kinder nicht auf die Straße lassen können, dass man über Abstandsregelungen und sowas reden müssen. Solche Sachen sind ja noch nicht im Gesetz drin, aber da wäre auch mein Angebot an CDU und FDP, dass wir uns auch noch mal mit den Waldbauern zusammensetzen und gucken, dass man da zu einer einvernehmlichen, guten Lösung kommt. Also da müssen wir auch dran. Ansonsten ist das Gesetz gut, der Änderungsantrag ist nicht gut. Und dementsprechend werde ich das meiner Fraktion zur Abstimmung empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Stöpfens.